Truth News? Truth News! Ich bin froh, Max, dass du auch in vollem Umfang und gesund hier angekommen bist heute Morgen. Warum? Ich habe gehört, Facebook war down gestern. Oh ja, eine ganze Dreiviertelstunde. Eine Dreiviertelstunde ohne Facebook. Ich habe immer aufs iPhone gedrückt und dachte, was ist da los, bis ich es dann gelesen habe im Internet. Bist du raus auf die Straße und hast Leute gestalkt, wildfremde Leute angesprochen. Habt ihr auch das Problem? Ja, okay. Nein, es ist für diesen Fall immer ganz wichtig, das hat mir Max ja immer gesagt, dass man ausreichend Katzenvideos auf den Homecomputer schon gespeichert hat. Falls Facebook tatsächlich nochmal ausfallen sollte irgendwann. Na, dann bin ich zufrieden. Ja, ich dachte schon, hättest du irgendwie wieder einen Nippel gepostet und wärst gesperrt gewesen. Aber das war es offenbar nicht. Nee, nee, alles gut. Gut, jetzt ihr Sheeran, wie eben schon besprochen. Hier ist Fotograf aus Spreeradio, der 50-50-Mix. Korb.